Moin, ich bin Tim aus dem Produktmanagement von Kalkow und heute zeige ich euch eine neue Funktion unserer E-Bikes, das ABS-Bremssystem. Ich erkläre euch in diesem Video kurz, was es damit auf sich hat, in welchen Rädern wir es verbaut haben und was die Vorteile für euch sind. ABS habt ihr vielleicht schon einmal im Zusammenhang mit dem Auto gehört. Dieses System haben wir jetzt in einigen unserer Modelle verbaut. Egal, ob plötzliche Hindernisse im Verkehr, auf dem Weg zur Arbeit oder beim Radfahren auf der Schotterpiste. Mit dem ABS-System könnt ihr kontrolliert abbremsen. Das ABS-System verhindert das Blockieren des Vorderrades. Es bremst dann in kurzen Intervallen ab. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schon einmal richtig stark ohne ABS bremsen musstet, kann das Vorderrad blockieren oder sogar wegrutschen. Im Extremfall hebt sogar das Hinterrad ab. Damit das nicht passiert, überwachen die Raddrehzahlsensoren des ABS die Geschwindigkeit der Räder. Droht das Vorderrad bei einer zu starken Bremsung zu blockieren, regelt das ABS den Bremsdruck und verbessert die Fahrstabilität sowie das Lenkverhalt. Das abgestimmte und sensibel regulierte Bremsverhalten bringt euch deutlich mehr Kontrolle, Stabilität. Dies merkt ihr vor allem auf losem Untergrund. Wir haben das ABS-System in einigen Modellen der 5er und 7er eingebaut. Hier nutzen wir es in Kombination mit dem Bosch Smart System. Mit unserem ABS-System habt ihr den Kopf auf jeden Fall immer frei, um die Fahrt auf unseren E-Bikes zu genießen. Testet die neue Funktion doch einmal selbst, bei eurem Händler vor Ort oder bei uns in der Brandworld.